Jo, ich bin's wieder. Diesmal mit T-Shirt, frisch vom Training mit dem Fazer. Mit so einem coolen F für Fazer. Fazer, make me famous, Alter! Auf jeden Fall. So, am 7. April in Neufeld. Vergiss aber nicht, am 7. April ist in Neufeld zu liegen Fazer. Wann fängt das an? Um 13.30 Uhr sein muss. Okay, um 13.30 Uhr. Hörst du auf am 7. April? Am 7. April, okay. Alle nach Neufeld kommen? Am 7. April? Okay, und am 7. April um 13.30 Uhr? Ja, jetzt wissen wir's eh. Ich soll's am 7. April auf Neufeld kommen. Jetzt lege in Fazer. Die zwei Lappen glauben, sie können mich slangen, aber sie werden mich nicht slangen. Weil ja, ich bin nix. Was die den Bizeps meinen, habt ihr gestern gesehen? So ein, ich bin so harter Hund, oder? So ein neidisch. Ja, dafür habe ich größere Wappen wie du. Oder wie ist der Escherreff so untert? Nix. Stoffst du? Nein. Hast du gestoffen? Juhu. Der hätte gesagt, nicht, nicht, nein. Gehst du trainieren, stoffst du? Hey. Auf jeden Fall, er stolp fix. Äh, 7. April, vergiss nicht. Jetzt lehn Fazer, Teil 2. Fazer gegen Spike und Escherreff. Und, äh, es kommen so viele Leute hin. So um die 30 Leute, oder was? Also wir werden auf jeden Fall Full House haben. Weil man nur, glaube ich, drei Tische aufstehen oder was? Auf jeden Fall. Nein, Spaß. Kommt einfach hin. Vergesst das mit den Karten vorbestellen. Das funktioniert eh nicht so wirklich. Weil die Leute schreiben mir auch, ob es dort auch Karten gibt und so. Kommt einfach hin und... Haut euch hin und feiern wir die 100. Sendung. Und am besten, es nimmt noch genug Leute mit. Und auf Nacht, danach, der, was dort bleiben will, sauft sich halt auf. Der Nix feiert seinen Geburtstag. Sein Sweet Sixteen. Wir haben keine Kosten und Mühen geschaut. Wir haben ihm eine Pony von der Barbie gecheckt, mit der er dann reiten wird. Auf das gefreut mich schon am meisten. Du weißt halt, was ich will. Hörst du, hörst du. Na gut, bevor wir da jetzt noch mehr Zeit verplempern. Schau sich die Shoutouts an! Auf jeden Fall. Halt! Servus, Fazer. Ich bin's, der Azo. Und ich wünsche dir alles Gute für deine 100. Berichtungs-Sendung. Wir sind heute hier am Set. Im Videodreh. Vom Casper und Vom Premium. Was sagt ihr dazu? Alles Gute, Fazer! Alles Gute, dir benütztest du vor. Die 100. Sendung. Wir lieben dich alle. Du supportest, Wiener Rap und so weiter und so fort. Ja, alles Gute! Halt! Auf jeden Fall. Fazer, Nexi, Toro und Kompletteste Virtus Team. Viel Erfolg auch weiterhin, gell? Miau! Kitty Cat im Haus. Fazer, ich gratuliere dir zu deiner 100. Sendung. Ich hoffe, du wirst noch ganz, ganz viele Sendungen haben. Ich finde deine Sendung super, super klasse. Ich habe sie zwar noch nie gesehen, aber bestimmt ist sie überkrass. Ich gratuliere dir zu deiner 100. Sendung. Ich werde mir auf jeden Fall meine angucken. Und ja, Miau! Peace out!